Ja ok Juju, seid mal leise. Yo Leute, was geht da? Wir sind jetzt zurück, Luca, eurem Start. Egal, lasst Like und Abo da. Wir verarschen random Typen mit 80er Musik. Also, let's go mit der Musik. Ey, das wird was. Wenn die sagen, mach leise, dann mach nicht leise, ok? Was? Wenn die sagen, du sollst leise machen, dann mach nicht leise, ok? Ok. Oh, da ist jemand drauf. Oh, das waren 1, 2 Beats zu viel. Also, mach mal ab mit der Musik, wir müssen im Part Stimmen noch reinkommen. Damit schon. Servus, we love Julia. Kennen wir uns nicht? Oh nein, du machst den wirklich. Belex, Servus. Hallo. Ok. Ey, Juju. Erstens, ich bin so gesoffen, um sowas jetzt durchzuziehen. Mach weiter. Belex, wie geht's dir, mein Freund? Du willst bleiben? Ich soll Sänger werden. Ich will keine Schokolade, ich will lieber eine Mann. Schnell, bitte mal. Oh, scheiße, das wird was. Hallo? Ich hab nur gesagt, Geburtstaten. Jo, gut, mir geht's auch gut. Hallo, Officer. Da. Ach, ich höre. Ey, Bro. Ich hab da Bier gesossen. Also 5 Bier. Ich überlege, ob ich noch das 5. Juju ist in Stimmung. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich noch mein 6. Also noch ein Bier trinken soll und dann bin ich beim 6. Bier heute. Aber dann ist wirklich Schluss. Weil... Ja. Da, 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 da. Ah, ja. Digga, man darf sich doch ab und zu einer Bierchen gönnen. Solange ich meine Grenzen krenne, der ist dann nicht so gut. Oha, der kommt mit Kontakten ab. Und dort hat kein Platz mehr. Uiuiuiui. Ich kann nicht mehr gehen. Komm mal da. Da wollte ich mir einfach pickaxen, Jolie. Ich will ein, indem ich küsse. Ja, okay, über... Okay. Juju, alles okay mit dir? Ja. Super. Und jetzt mach Marmor, Stein und Eisenbring. Ja. Ja. Hey, es war nicht. Die, die ist wo nicht. Wenn die mich jetzt holt, dann gibts richtig fett auf die. Was hast du, was hast du jetzt, die Oren? Die eine ist wo nicht. Die will mich jetzt verarschen, aber gut. Die eine ist wo nicht, aber echt nicht. Okay. Wo ist denn der? Wo ist der Gegner hier? Guck, guck. Ja klar. Oh. Einer noch. Der nächste kommt. Freunde. Mach rennen. Ja. Ja, was soll ich gegen zwei machen? Was soll ich gegen zwei machen? Komm Juju, du klebst die alle weg und ich sage gerne, dass der Revier. Ich geh so gerade. Äh. Ich lebe die Böse an. Äh. Ich glaub du hast ein bisschen mehr getrunken als Energy. Ich lauf schon hinterm Kreis. Und schordert damit. Ah ja. Aber. Und der ist Plassenpark. Will ihr mich verarschen? Und wo ist Juju? Äh. Äh. Ne. Ist nicht okay. Juju lass Leften und wieder Duo spielen. Abkommen. 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 Nee. Ja, wenn keine deutschen Mooroks da sind, was soll ich machen? Wir finden schon welche. Ja, in zehn Jahren, Alter. Wir finden, wir finden welche. Adria, bist du noch da? Dann, dann sag mal, was wir für Challenge machen sollen. Oh nee. Hey. Wo ist deine Musik? Pfff. Was? Ja, wo ist deine Musik? Achso. Watsch. Aber bitte nicht Copyright-Lied reinmachen. Also das heißt jetzt nicht irgendwie so Kapi oder so, okay? Ich hab neue Lähte als gewohnt, Leute. Probierst mal wieder Zeit. Warte mal. Radria, bist du noch da? Ja, hallo. Mach nochmal eine andere Woche. Danke für dich. Danke für dich. Ich bin mit dem Fall Alke. Ah ja, das glaub ich dir. Ich trinke fast Brause. Okay, danke. Warte, cool. Ich bin mit dem Fall Alke. Ich hab nicht gefunden. Ja, mach doch jetzt mal eine gute Mutter raus. Danke, Frau. Wie viele denn noch? 1800 Brügel, 848 Brügel? Ich sag dir mal ein Lied. Warte, mach mal, lebt denn der alte Holzmügel noch rein. Mach mal rein. Okay. Lebt denn der alte Holzmügel noch. Holzmügel noch. Holzmügel noch. Lebt... Oh, ich dich lebt auf. Ja, da verabschiedet es auch schon bei dieses Lied. Nee. Ich glaub ich mach die Nacht durch. Und du? Auch. Mhm. Glaub mir. Der Michel geht's nicht gut. Der Michel... Der Michel geht's nicht gut. Sei denn nur, wie ist ganz gut. Das Hocken fällt ihm schwer. Das Kacken fällt ihm schwer. Das Hocken fällt ihm schwer. Das Hocken fällt ihm schwer. Ich glaub der ist gegangen. Ey lass mal, lass mal, lass mal. Okay, lass mal geht. Alles singen ganz genau dieses Lied. Lebt denn der alte Holzmügel noch. Holzmügel noch. Holzmügel noch. Hallo. Und jetzt alle. Ja, ja, ja. Er lebt's noch. Er lebt's noch. Er lebt's noch. Er lebt's noch. Ja, er lebt's noch. Er lebt's noch. Er lebt's noch, stirbt nicht. Und ich vergesse Frank der Micheel Jojo was machen wir? Das war ein Rücken Was war ein Rücken? Was war ein Rücken? Was soll ich mir denn nun tun? Ja er wüsst sich jetzt aus du Weils michel Alter ich hab den Text besitzt und er hat vergessen auch nie E N N N N N Achso dann muss was summen Ich hab mal wassummen Weil nicht Jojo ich geh da fein Dann An alle die jetzt noch drin sind Ihr könnt euch Challenges für uns draus machen Jojo und ich werden jetzt noch Einer noch Ich hab mal die Fresse alter Also wir haben jetzt drei Leute hier ne Er lebt noch Er lebt noch Er lebt noch Ja er lebt noch Er lebt noch Achso, da bin ich wie ein Team, ich meine, bin ich behindert. Ja, geht die mal finischen bitte. Woher schmeißt du die Kamera? Lebt denn ne Alder, heutz michel noch, heutz michel noch. Eiuiu, nein, du machst solche Lieder rein, da muss ich gut sein. Ich mach mit dir Kontakt abruf, Garten. Ist meiner eine Hütte. Boah, der ist aber so ein Orangwurm von der Kacke. Mach mal Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle, Alter. Oh, ja, ich bin level up. Oh, das ist ne geile Musik. Boah. Was, was wir da machen? Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Wir sind doch blöd. Oh, ja. Zu mir. Mein Freund. Ich drehe mich. Mama Leeroy. Mama Beat ist mir. Ja, okay, nehm mal dein Headset aus dem Mund. Ja, Juju, alles okay mit dir, was ist los mit dir? Alles ist gut. Warte, ich will mitmachen. Warte, ich will gleichzeitig mit dir sein, warte. Nein? Nein? Du kannst das nicht. Du kannst das nicht? Du kannst das nicht? Alter, was machen wir hier für eine Scheiße, Alter. Okay, Jungs, wir müssen schon. Es gibt schon was. Jungs, wo bist du? Alaska. Juju, Hölle, 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 Hölle. Oh, Mann. Schau, das ist ein Stepper. Oh, Mann. Du bist ja auch hart, Juju. Nein. Oh, Mann. Ich will dir. Alter, mein Auge juckt. Mach Auge. Hallo. Nein. Oh, die sterben schon. Und wie ein Wolf, wenn ich durch die Stadt suche mich und zu treiben ab. Wo bist du? Sag mir, wo bist du? Und jetzt sing mit. Oh, ein Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Ich will dir. Ja, hör mal auf, mir einzubauen hier. Das heißt, ich hab keine Materialien mehr. Ja, heu nicht rum. Okay, mach mal. Mach mal. Das sieht aus, das dröhnt mich ein bisschen zu verziehen. Mach mal. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Mach das mal. Ah, unser Mate geht schon mal fighten. Sumi, 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 Bam, Bam. Ey, ne. Das ist alles, was ich machen kann ganze Welt. Wie viel bist du? Die hat 10 Busser. Okay, ne putterwo. Ja, du bist mal ein bisschen. Du hast mal alle heißen. Du bist mal ein bisschen auf energy. Du. Du'rest aberө, der ist dasuli, was ich machen kann nicht? $5, Apple hast du ihn doch mal drauf. Du bist der schnell fertig! Ob es für arminnen war und das war. H mummy ist gar nicht auf eine 닿 타he. Der ist hier. Der ist versteckig noch nicht. Der ist ein Sche probably. Er hat seinen Knall Okay Oh, wir sind ja tot Haben wir wieder raus? Scheiße Wenn das Brot ist verboten Oh yeah Pass auf Juju Bähähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh Die flieht beim küssen um Ach jung An alle Leute, die doch da sehen Das ist Juju ist okay? Doch Alles ok? Genau Machen wir danach ein kleiner Indianer, ok? Alter Das ist ein Kreis Schau, meine Skye sieht so aus Schau, ein bisschen gut, ne? Machen wir mal, wie das Du ist, ne? Machen wir mal, wie das Du ist, ne? Machen wir mal, wie das Du ist, ne? Ey, wir müssen deutsche Leute finden, sonst macht's kein Spaß Machen wir mal Ich soll Sänger werden da unbedingt Ich schau, der Ninja geht ab, Alter Ja Ja, das kannst Du dir merken, ne? Oh, Scheiße Lalalala Ey, ich muss aber wirklich mit dem Bier ein bisschen aufmachen Mach mal ein kleiner Indianer Und mach mal bitte wieder auf Du Aha, Du Du machst das nichts rein, oder? Hey, ja Ui, tut das weh Ui, tut das weh Ui, tut das weh Ui, tut das weh Was tut weh? Hör zu Hörst du an, tut weh? Pass auf Ui, tut das weh Ui, ui, tut das weh A kleiner Indianer Hat dicke, fette Blader Isst nicht nur mit dem Boden Und scherst nicht in den Hoden Ui, tut das weh Ui, tut das weh Ach, ju, ju Lustig, Alter Hei, 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 hei Hei, hei Hei, hei Hörst du an, tut das weh? 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 Hey, tut das weh A kleiner Indianer A dicke, fette Blader Der spielt sich mit dem Dommer Hat und trifft, der weiß ein Eiersack Hey, tut das weh? Hey, tut das weh? Hey, tut das weh? Hey, tut das weh? Die Leute denken auch, wir haben einen Biss an der Waffel Ey, das könnte ich sein Pass auf, pass auf Schau mal zu mir schnell, schau mal zu mir Schau mal zu mir Schau mal zu mir Pass auf, jetzt gibt's das richtig ab, ne? Ey, wir sind so behindert, ne? Dass das schon wieder irgendwie komisch ist, ne? Ja Ach, du Scheiße Ey, 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 ey Nächste Mio Moshi, ich bin jetzt gleich zu mir zum Bild Ja, na, 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 na die Poppen not hurting Erh, ok Okay Oh my God Oh my God Boom 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 Ich überleg grad den nächsten Titel. Ja, ja okay. Scheiße, Alter. Mach mal. Was? Mach mal verlieben, verloren, verzeihen irgendwie. Keine Ahnung wie die Scheiße heißt. Verlieben? Verlieben? Ah, egal. Okay, runter. Das war eigentlich das Typ. Sind wir überhaupt in Teams? Nee. Bist du sicher, dass wir nicht Teams spielen? Ja. Oh mein Gott, was sind das denn jetzt? Mach das mal bitte weg, Alter. Was sind das für eine Katzengehaule? Das ist Werbung. Ach so. Ich hab gedacht, was ich jetzt mache? Was soll ich anmachen? Verlieben, verloren, verzeihen. Verlieben, verloren, verheiratet. Was? Ja, nicht das Lied. Gibt's überhaupt nicht. Oder meinst du das? Verlieben, verloren, verheiratet. Genau, genau das ist das. Ja, hat irgendjemand keinen Elm. Da hat er keinen Elm, Alter. Ja, ich hab Elm, ne? Oh no. Oh, das ist einfach ein Elm. Ah, das ist einfach ein Elm. Das ist einfach ein Elm. Gott. So, ich sollte Länger werden. Ja, das kommt los. Es war die Stunde. ja da muss ich schon weinen ich werde mich frei ich hatte doch alles alles ich lebe jetzt ist es zu spät verliegen verloren vergess die Zeit wenn dann weich bin daran werde ich frei ich hatte doch alles alles ich lebe jetzt ist es zu spät ich auf meinem das gar nichts mehr oi 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 ja von welcher seite kommt jetzt der mate bitte vor dir die kinder team vom für unsere seit ich muss mich so konzentrieren aber ich bin so dicht das gibt's nicht wenn ich gehen dann käme ich später aber kopf drin zu egal mach mal richtig gescheite muggel ein bitte ich sagte mal welches lied du reinmarschen das geht so weiter und ich stehe extra eine volle du machst dieses lied die wollen mich von zwei seiten pushen aber das gibt nicht aber ich fick dir die selbst mach mal dieses die das heißt we're calling we're calling das ist so feed laura brehm oder so aber ich aber ich beende den stream haut rein euer luka wir sehen uns kommt jetzt zu ich werde das denn jetzt jetzt schon ich werde das